FANTASTIC! Also lange ich nicht... Mit dem zweiten Platz kann ich mich ja noch engagieren. Im dritten Reintür wird's auch noch vierter. Wenn du so abgeschlagen vierter bist, dann ist es schwul. Bum, 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 bum! Ist nicht, keinen hast du getroffen. Bum, 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 bum! Oh, das ist der Sargbau hinter mir, ey. Ah! Nein, spring! Spring! Ah, ich hab den getroffen, den wollte ich gar nicht treffen. Wollte ich gar nicht treffen. Komm, 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 komm! Ich glaub, du kleiner Lude. Kleiner Lude? Ja, genau von meiner eigenen Säge, ey. Wollt ihr mich verarschen? Ja, wollen wir. Weil der hat nen Tatsiker, die Sau. Der hat nen Tatsiker! Keine Items mehr. So gut, freut mich. Hahaha, er ist reingelaufen. Wie so ein kleines Kind. Nein, selber geschnetzelt! Oh, ich bin so blöd, ey. Oh, ich bin so weit vorne gewesen. Jetzt hab ich trotzdem gewonnen. Oh, durch die eigene Blödheit fast noch verloren. Leck mir am Fenugel. Ja, sicherlich, ey. Alle drei! Nein! Der wird auch noch zweiter. Was tutest du denn? Oh, der wird auch noch zweiter. Du wirst mich nicht los, ich häng dir immer gern am Arsch. Tada! Weißt du doch. Weißt du doch, weißt du doch. Na komm, jetzt aber hier mit dem Magneter. Magneter? M-m. Direkt weggeschaut. Oder vielleicht doch. Ja, mich hat sich getroffen. Hat er nen Schild gehabt. Achso, dich hat sich getroffen. Ich dachte aber schon, dass dich was getroffen hat hier gerade. Boah, Alter! Die Säge, die war übelste. Die hat mich fast erwischt. Alter, alle hüpfen sie da rum. Ja, ja. Und er hat wieder seine Blase um sich rum, genau. Findest du nicht gut? Das find ich nicht gut, ne? Aber du hast grad... Irgendwie hast du dir grad verbockt. Das hab ich dich nämlich grad schon wieder gesehen. Na ja. Ooooooh! Du bist, wo du bist, Alter! Leute, ey! Weißt du das? Ne, das war ja... Ich war grad vor dir und dann hat mich ein Blitz getroffen, nachdem ich dich abgeschnitzelt hatte. Ja, weißt du? Ja, du hast so ein scheiß Ding ab. Ja, komm mal runter mit dir. Nein! Ich war schon oben fast. Oh, die alle anderen waren oben, nur ich nicht, ey. Kacke gelaufen, was? Ja, kommt mal schön zurück. Das war... Ich bin... Leute, warum bin ich zweit? Der Typ war bei mir hinter mir. Ach, die Strecke hat mal grad... Die hat mal doppelt, ne? Kann sein. Alter, ganz schön knapp, ey. 0,0... Hast du gesehen? 0,03 Sekunden? Das war bisher das allerknappste gewesen. Warum bist du nicht... Warum hast du denn verbockt? Ja, bei mir war ich vor ihm gewesen. Aber das ist ja immer so asynchron, die... Die Clients unter sich. Scheiß Magnet. Schreibt er. Ja, dich hat mein Blitz komplett rausgenommen aus dem Spiel, weil du komplett runtergeflogen bist. Hoffentlich kommt der H.P. jetzt noch rein. Oder H.P. 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 Ja, jetzt machen wir loslegen. Da heißt der H.P. Der hat ein Piratenkopftuch. Das ist doch schon wieder die Strecke, oder? Äh... Durchaus möglich. Kann gut sein. Ja, aber jetzt... Ich bin Vierter, ey. Ah, meine Säge hat immer geschnetzelt. Also, ich wurde gerade auch einmal geschnetzelt auf jeden Fall. Ja, meine Säge. Das kann sein. Ja, nicht nur kann sein. Ich hab's gesehen. Ah... Leugne es nicht, ich habe es gesehen. Leugnen es nicht, leugnen es nicht. Jetzt wird hier, glaube ich, ein Zweikampf vorne. Ihr seid, glaube ich, gleich schon... Ihr seid schon weg hier. Ja, P. Ich komme gleich noch, warte ab. Achso. Nachdem ich dich geschnetzelt habe, kommst du noch mal wieder, sagst du? Ja. Naja, kein Ding. Nee. Du kriegst mich nicht mehr. Blöp, blöp, blöp. Schon wieder die Strecke? Dreimal? Das ist aber echt schon ziemlich... Bleib hier vorne, man. Holy shit. Das ist aber ein ziemlich komischer Zufall, weil ich hab eigentlich noch auf... Ich hab die noch auf... auf random stehen eigentlich. Nö. Ich hab jetzt keine Lust und ich bleib hier unten stehen. Das wird der größte Abstand aller Zeiten. Dong. Er kommt da rein. Hast du ja mittlerweile mal... Kannst du mittlerweile mal... Nein, kann ich nicht. Was? Nein, kann ich nicht. Ich hab dir gesagt 1200 Münzen. Oh, Alter, 1200 Münzen. Ja. Oder du kaufst sie mir. YouTube Money. Ja, genau. Sagt derjenige, der sich jetzt erst noch Minecraft gekauft hat und so. Minecraft Pocket Edition. Ich muss... Er hat mich gezwungen. YouTube Money. Er hat mich gefoltert, bis ich mir das endlich mal gekauft hatte. Wollt ihr mich verarschen? Ja, selbst schuld, wenn ihr eine Tatze gleich einfach benutzt. Ja, selbst schuld, wenn ich es jetzt nochmal nutze, wa? Nein! Wieder zurück, ja. Selber schuld. Bist du das vor mir? Ja. Scheiße. Warum? Magst du mich nicht? Ne. Alter, ey. Es geht ja echt wieder ab, ey. Ja, selbst schuld. Patzeln! Ja, genau. Dann ist er wieder vorne, ist klar. Ja, aber natürlich. Was sagst du denn? Ja, klar, sicherlich. Und da rein. Ja, wie jetzt? Du bist in meine Kiste nicht rein. Deiner Cheater. Wie konntest du denn bitte das Ding überleben? Ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Ja. Aber du wurdest aber noch nicht von meiner Box getroffen. Ja, jetzt bist du natürlich wieder vor mir mit deiner Dreckstatze, Alter. Mach nen Abgang. Wieso bist du noch nicht reingelaufen? Ja, warum sollte ich? Wieso bist du nicht in die Kiste reingelaufen? Ne, warum sollte ich denn? Hab die da schon hingelegt? Warum sollte ich in die Kiste reingelaufen? Ja, weil ich dir die da hingelegt hab. Ne, danke. Ich nehme lieber was anderes. Na. Gern so ne Tatze, wenn du mir die hinlegst. Du kriegst gleich ne Tatze, aber woanders hin. Mountain View, mach mal die andere Map. Ich mach jetzt wieder Zufall. Ich hatte die grad mal ausgewählt, damit nicht mal wieder diese eine Kacke da kommt. Jetzt gehören wir wieder Sandcastle. Geil's mal auch. Ah, der Habe. 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 Der Habe ist nur dabei. Und der Dizzy McDizzle. Candy Shop, das ist nämlich was anderes. I'll take it to the Candy Shop. Ja, sicherlich. Und Tatze. Ja, schön durch'n Dings durch. Heiß Treibsand. Unglaublich, ey. Ja, da haben wir Intamin schon mal geschnetzelt. Ah, da liegt noch seinen Kopf rum. Ich muss mir ne Schildkröte holen, damit du mich nicht mehr erkennst. Ja, geschieht. Ne, doch. Ich hab das nicht getroffen. Warum nicht? Weil ich selber hier noch ultra busy Zeug hatte. Ja, geil. Ah, ja klar. Magnet. Locker. Logisch. Ja, jetzt haben sie alle ne Tatze. Wollt ihr mich veräppeln? Ich hab keine mehr. Ja, genau. Ja, dritter. Was? Zweiter? Wo? Seh ich nicht. Ja, ich bin Zweiter. Das stimmt. Nein. 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 Mit deinem verhurtem Schild. Immer, ey. Du hast so ne Box gesetzt. Ja, aber... Beide gleichzeitig. Gut, mein Magnet hat getroffen. Deiner nicht. Ja, ja. Dankeschön. Aber ich hab ne Tatze. Tschüss. Leck mich am Arsch, ey. Ne, tu ich nicht. Alter. Ja, komm, gib mir den Zweiten. Gib mir den Zweiten. Gib mir sogar den Ersten. Ich hab... Da... Wo ist denn die Scheiß Map zu Ende? Da hätten das... Oh, ich bin Erster. Huh. Das war knapp. Ah, ich hab den Zweiten fast nur erwischt. Keiner. Keinen getroffen von meiner... Grandiosen... Von meinem grandiosen Sägeblatt. Gucken, ob ich... Warte mal, ich guck mal, ob noch ein... Irgendwie ist auch keiner mehr... Ich kann immer ganz normal bei Facebook gucken. Irgendwie ist... Momentan keiner online. Ich wette, jetzt wird's wahrscheinlich dann wieder... Wenn die jetzt sehen, dass wir dann spielen... Wenn sie das Video sehen, werden sie wahrscheinlich auch wieder alle. Ja, dann kommen sie alle online und addend dich. Ja, das... Was ist denn im Chat los? Ja, wenn ich an dir vorbeirase, dann hat das schon gute Gründe. Ich möchte... Immer nur... Es geht nicht nur... Leben besteht nicht nur aus COC, Leute, ey. Doch, Clash of Clans ist dein Leben. Ne, Cox. Cox. Ja. Fred ist der Stream heute. Was für ein Stream. Besuch mich. Ich will... Alter, wollt ihr mich verarschen? Naja. Fred, kannst du mich noch ein bisschen in Clash of Clans besuchen? Fred! Fred! Clash of Clans! Ne, fahren wir ihn jetzt. Ich würde sagen, das ist jetzt auf jeden Fall für mich schon mal die letzte Runde. Weil ich muss gleich noch... Ich muss auch ganz kurz noch weg gleich. Wir haben schon so viele Runden jetzt gemacht. Das ist doch nicht viel gewesen, Fred. Ja. Ist nicht. Ist immer noch nicht. Was? Ist immer noch vor, ne? Ich hatte immer noch ein Schild gehabt, ja. Ja. Ich weiß. Voll unfair. Ja. Und ich glaube, ihr werdet euch da auch freuen. Naja, das ist er noch nicht gewesen. Warum läuft keiner mal in den Chip rein? Ich wäre fast reingelaufen. Schade. Ich hab's dir ein bisschen zu spät gesetzt. Ey, guck mal, weil du vorne bist, weil ich jetzt gerade schon wieder geschnitzelt wurde. Alter, das gibt's doch nicht. So ein Ultra-Vorsprung. Können wir Zeit lassen. Also jetzt... Wenn du die Runde jetzt noch verkackst, ey, ganz ehrlich. Das ist immer geil, wenn du so weit vorne bist und die anderen bekriegen sich alle hinten, das ist echt... Du hast im Grunde keine Chance mehr, eigentlich. Sieht gut aus für mich, muss ich sagen, also... Ja, weil wir uns ja... Klar, wir hauen uns jetzt die ganzen Viecher hier in den Kopf, ne? Aber war's das schon? Ja, das war's schon gewesen. Immer noch ne kurze Map. Ja, würd ich sagen, Leute, mit diesem... Mit diesem grandiosen Sieg, nicht von Dark Hunter. Da... Da weiß jetzt jeder, wer der Erste immer ist. Sind wir am Ende und... Könnt das sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für zuschauen und wir sehen uns... Das nächste Mal wieder. Ich hoffe, wenn ein paar Leute mehr... Ah, jetzt sind übrigens ein paar Freundesanfragen. Ah ne, das ist nur Spieleinladung. Warte mal, Freunde. Ah, ein paar Freundesanfragen hab ich auch. Auch nicht. Komm, dann machen wir noch eine Runde, machen wir jetzt noch. Dann machen wir noch eine Runde. Weil ich jetzt erstmal noch ein paar Freunde hinzugefügt habe. Nö, ist keiner mehr online hier von meinen Freunden. Beitreten. Dizzy McDizzle. Nee. Warte auf deinen Invite. Deswegen würd ich sagen, Leute. Okay. Macht das gut. Und dank fürs Zuschauen. Bald gibt's ja eine neue Runde Funrun. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.